Mastering-Spezialisten sind ja eine ganz besondere Spezies, wenn es darum geht, Musik zu verfeinern und besonders abzuschmecken. Und da, wo wir bei Mix gerne mal die grobe Plug-In-Kelle rausholen, bevorzugen Mastering-Spezialisten doch eher den feinen Pinselstrich bei der Auswahl ihrer Plug-Ins. Aber was ist wohl das Lieblings-Plug-In eines Mastering-Spezialisten? Das verrät uns heute unser Freund und Mastering-Ingenieur Björn Schlüter. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Hallo zusammen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Mein Name ist Björn und heute spreche ich mit euch über mein absolutes Lieblings-Plug-In. Als Mastering-Ingenieur werde ich sehr häufig gefragt, was denn mein absolutes Lieblingstool ist, ohne dass ich nicht mehr leben kann. Und viele erwarten dann einen Equalizer, einen Kompressor oder einen Limiter. Aber so viel kann ich schon mal verraten, das ist es alles nicht. In meinem Lieblings-Plug-In geht es vielmehr um Vergleichen, um Analysieren von Audio-Material. Und wenn dich das interessiert, was mein absolutes Lieblings-Plug-In ist, welches ich in jeder Session benutze, dann solltest du jetzt auf jeden Fall dabei bleiben und mit mir in die Session gehen. Los geht's! Da sind wir auch schon bei mir in der Studio One Session und ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist es also mein Lieblings-Plug-In, Metric AB von ADPTR Audio Systems. Was kann das? Wofür brauche ich das? Grundsätzlich kann man dieses Plug-In in zwei große Funktionsbereiche unterteilen. Zum einen haben wir hier alle möglichen Analyse-Tools, die man sich so vorstellen kann. Einen Frequenz-Analyzer, Korrelations-Meter. Wir können uns das Stereo-Image-Frequenz-basiert anschauen. Die Dynamik im zeitlichen Verlauf. Und wir haben hier einen voll ausgereiften Lautheits-Meter-Bereich. Und der zweite große Funktionsbereich, da kommt natürlich der Name AB auch her, ist, dass wir hier zwei Quellen, zwei Audio-Quellen miteinander vergleichen können. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt hier unten. In dem Fall habe ich hier eine Audio-Datei reingeladen. Da handelt es sich um den Original-Mix von Saint-Tropez am Baggersee, gemischt vom Jonas. Und jetzt komme ich ins Spiel. Ich durfte den Titel dann mischen. Äh, Entschuldigung, Master natürlich. Das heißt, ich habe jetzt hier als Referenz das Master reingeladen. Eigentlich natürlich andersrum sinnvoller. Aber ich denke, um zu zeigen, wie es funktioniert, ist es auch so möglich. Da wir hier wirklich die gleiche Audio-Datei haben, das heißt, den gleichen Titel, stelle ich hier im Modus einfach mal auf Sync. Das heißt, wenn ich jetzt hier hin und her klicken würde im zeitlichen Verlauf, dann würde er synchronisiert immer mitgehen. Ist natürlich super, wenn wir jetzt Mix und Master miteinander vergleichen, weil wir natürlich auf der zeitlichen Achse immer gleich sein wollen. Und der größte Vorteil dieses Plugins gegenüber einem manuellen Referenzhören, indem man einfach den Titel reinzieht in die DAW und dann vielleicht am Masterbus vorbeirutet, damit man dort keine Probleme bekommt, ist, dass es hier eine automatisierte oder automatische Lautstärkeanpassung gibt. Und wie die funktioniert, das schauen wir uns jetzt einfach mal an unserem Beispiel an. Das heißt, wir haben ein Mix als Originalsignal in der DAW, heißt hier blau. Und wenn ich umschalte, sehen wir, es wird orange und dann hören wir mein Master. Wenn ich das jetzt einfach mal mache, dann klingt das folgendermaßen. Doof ist ja in dem Fall, dass das Master natürlich viel, viel lauter ist als der Mix. Das heißt, wir müssten jetzt in einem normalen Szenario hergehen und erstmal herausfinden, wie viel lauter das Master ist und das dann eben über den Fader runterziehen. Nicht aber bei Metric AB. Wir spielen einfach nochmal von vorne unseren originalen Mix ab und dann klicke ich hier unten in dem Bereich auf Match. Dann braucht er so ein paar Sekunden und dann werden wir hier einen Wert angezeigt bekommen. In dem Fall ist das Master ja lauter als der Mix. Das heißt, er wird das Master in dem Fall leiser ziehen. Und ich bin mal gespannt. Ich schätze, es werden so 5, 6 dB sein, die er da runterziehen wird. Und da schauen wir uns einfach mal an, was er uns da ausrechnet. Das hat schon mal super geklappt. Also, Gain minus 5,5 dB. Heißt, mein Master ist 5,5 dB lauter in der gemittelten Lautheit als Jonas' Mix. Und wenn wir jetzt hin und her schalten, ich würde sagen, ich gehe erstmal zu einem anderen Part hier, damit wir nicht immer nur das Intro hören. Wenn ich jetzt umschalte zwischen Mix Blau und Master Orange, dann sollte das Ganze Lautheits- und Lautstärke angepasst ablaufen. Schenken wir das mal. Ich würde sagen, das hat auf jeden Fall geklappt. So kann man super zwischen zwei Audioquellen hin und her schalten und wirklich vergleichen. Natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um mit Referenztracks zu arbeiten, die natürlich alle gemastert sind und man das Ganze aber mit seiner Produktion, mit seinem Mix vergleichen möchte, der noch nicht annähernd auf der gleichen Lautheit ist wie der Referenztrack. Noch zwei, drei Sachen, die ich euch zeigen möchte bei den Analyse-Tools hier. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, neben dem normalen Modus, das heißt hier uns einfach quasi die Frequenzen oder eben die Dynamik anzeigen zu lassen, das Ganze auch layered zu tun. Und wenn ich das mache und abspiele, dann seht ihr, dass jetzt in dem Fall beim Frequenzanalyzer beide Kurven, die vom Mix in Blau und die vom Master in Orange übereinander gelegt werden. Man kann also hier sehen, wo die Unterschiede frequenzseitig eben liegen. In dem Fall zwischen Mix und Master natürlich keine riesengroßen Unterschiede, aber gerade wenn ihr mit einem Referenztrack arbeitet, den ihr hier reinzieht, den eben auf die gleiche Lautheit bringt über die Lautstärkeanpassung und dann einfach mal reinschaut und merkt, okay, da sind viel mehr Höhen drin, da ist viel, viel weniger Supers drin. Eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um sich das anzeigen zu lassen. Auch beim Korrelationsmeter und beim Stereo-Image ist es möglich, beide Kurven oder eben beide Analyse-Werkzeuge übereinander gelegt laufen zu lassen. und gerade bei der Dynamik finde ich das auch ganz toll als Mastering-Ingenieur, um zu schauen, dass ich in meinem Mastering-Prozess die dynamische Range nicht komplett zusammenstaure, damit das Ganze dann auch noch ein bisschen Leben hat. Schauen wir mal, wie ich mich da so geschlagen habe im Mastering von diesem Titel. Ich würde sagen, so ungefähr 2, 2,5 dB Unterschied in der Dynamic Range, dafür aber 5,5 dB mehr Lautheit. Das ist dann definitiv ein gültiger Versuch. Was auch ganz toll an dieser Ansicht ist, dass man sich das auf der Zeitachse anschauen kann, also auch ein tolles Analyse-Tool und natürlich auch das Lautnismeter mit allen Werten, die wir so kennen, die wir auch vom Julian-Lautnismeter kennen, ist alles mit dabei, alles unter einer Haube, wirklich das All-in-One-Analyse- und Vergleichstool für deine DAW und für deine Produktion. Es gibt sehr viele, aber das ist definitiv mein absolutes Lieblings-Plugin. Wie handhabst du das in deinem Workflow? Ziehst du Referenztracks einfach in die DAW oder arbeitest du mit einem Plugin, was ich vielleicht so gar nicht auf dem Schirm habe? Lass es mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Viel Spaß beim Produzieren, alles Gute und bis bald!